Hallo liebe Leute, ich bin Luisa und ich stelle euch heute das neue Rote Fahne Magazin vor. Die Rote Fahne ist das Themenheft der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, der MLPD, was alle zwei Wochen erscheint. Diesmal, wie ihr seht, mit dem Titel, diesmal beide Stimmen der internationalistischen Liste MLPD. Das Top-Thema, Sozialismus. Das hat ja auch der CSU-Chef Markus Söder eigentlich mit seiner Aussage, dass man jetzt Deutschland vor den Linken retten müsse, sogar noch unfreiwillig befeuert. Natürlich gibt es auch schöne Fotos von dem aktuellen Wahlkampf und gut recherchierte Hintergrundartikel, auch mit einer solidarischen Positionierung zum Streik der GDL beispielsweise und Berichten zum Antikriegstag. Es kostet nur 2,50 Euro. Ihr könnt es überall erwerben, wo wir gerade unterwegs sind, vor Betrieben, bei Straßenumzügen und so weiter. Und natürlich auch im Internet unter www.rf-news.de slash rote-fahne. Also viel Spaß beim Lesen.